Seit Anbeginn der Zeit fragen wir uns, wie das Universum entstanden ist. War es ein glorreich inszenierter Plan oder doch etwas viel, viel Banaleres? Du bist der Wind unter meinen Flöhen, die eilen in meinen Augen. Willst du meine Gefährtin fürs Leben sein? Ich mache Schluss mit dir. Was? Und übrigens, du siehst kein bisschen aus wie auf deinem Profilbild. Juli 2016 Alles, was ich will, ist wahre Liebe. Ist das denn zu viel verlangt? Hey, seht mal, Sternschnuppen. Oh, ich bin das Mädchen meiner Träume. Das ist ein echter Killer-Wunsch. Meteoriten-Schauer. Meteoriten? Ist ja schaurig. 20th Century Fox präsentiert. Oh, Leute, was geht ab? Buck, was machst du denn hier? Das ist erst der Anfang. Die Mutter aller Asteroiden rast auf uns zu. Wir gehen zur Absturzstelle, schauen uns uns an und überlegen, wie wir das verhindern können. Wer ist mit dabei? Crash und Eddie treten an in Reihe und Gleet. Gleet? Oh, Mann. Wir sehen so cool aus. Sieht das für dich nach einem Problem aus? Das ist ja so hübsch. Könntet ihr mal auf... Manni, Ellie, Sid, Diego, Buck und Scratch. Darf ich mal Spaßbremse? Achtung! Weg hier! Ab in die Höhle! Beeilung, Oma! Jetzt mag ich so eine Hektik. Ich bin öfter verblübst getroffen worden. Oma! Als du heiß geduscht hast. Ice Age. Kollision vor Rochs. Sieht aus, als wäre es vorbei. Ja, es ist definitiv vorbei. Bis auf den hier. Das war der neue Trailer zu Ice Age Kollision voraus, den uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 7. Juli 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und es ist der fünfte Teil der Ice Age Reihe. Aber ich mag diesen Trailer, der endlich ein bisschen mehr von der Geschichte zeigt. Bisher haben wir vom fünften Teil eher mehr von Scratch gesehen, der dafür sorgt, dass mal wieder eine Grundkatastrophe eintritt. Und damit die Grundgeschichte, weil er seine Nuss bis ins Weltall verfolgt und für ein Chaos sorgt, dass ein Meteor auf die Erde hinzurast. Und das heißt, dass die Herde rund um Sid ein neues Zuhause braucht oder die Katastrophe abwenden muss. Und endlich bekommen wir auch hier Material zu sehen mit den Hauptfiguren. Wir sehen Sid, der auf Brautschau ist. Wir sehen Manni, wir sehen Ellie, die ja beide zusammen glücklich sind. Sids Großmutter, die war so lustig in vergangenen Teilen. Diego natürlich mit dabei, auch schön Back zu sehen aus den Untiefen des Dschungels. Kannten wir ja aus dem Teil zusammen mit den Dinosauriern. Der hatte immer einen sehr skurrilen Charakter und konnte viele Gags auf die Leinwand zaubern, sodass aus der Konstellation vielleicht ja einiges herauszuholen ist. Und deswegen bin ich auf Ice Age 5 ein bisschen gespannt, weil ich finde, dass die Ice Age Reihe es geschafft hat, ein gewisses Mindestniveau immer zu halten und damit eine schöne Fanbase aufbauen konnte weltweit. Und da muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, dass es kunterbunt und hektisch und natürlich ein Animationsfilm für die ganze Familie, voraussichtlich natürlich in 3D, dann in den deutschen Kinos wird. Aber wir 2016 auch verdammt starke Animationsfilme haben, auf die wir uns freuen können. Wir bekommen zum Beispiel so Mania, wir bekommen Pets, auf denen ich mich freue, wir bekommen Sing oder auch einen dritten Teil von Kung Fu Panda. Und ob er da an der Masse noch funktioniert, darf man hinterfragen. Aber auf jeden Fall hier so zur Fußball-Europameisterschaftszeit dann der fünfte Teil von Ice Age. Und endlich ein Trailer, der ein bisschen mehr von der Geschichte erzählt. Und diese plüschige Aufladungssequenz, wo Manni einfach nur aussieht wie ein riesen fetter brauner Igel, finde ich einfach niedlich. Und das kriegt mich, aber ich liebe ja auch Animationsfilme. Was sagt ihr dann zu diesem Trailer? Sagt ihr, ah, nicht mehr so meine Reihe, wo hat sich das hinentwickelt, schon der fünfte Teil? Oder versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, ach, so ein Wiedersehen mit denen kann immer mal wieder Freude machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr diesen Trailer-Check mochtet, lasst es bleiben. Wenn nicht, ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um drei.